Intro Hey yo Leute, Crymax hier und in diesem Video soll es nochmal um die Banküberfälle und um die bevorstehende PC-Version gehen aber in diesem Video bin ich nicht alleine, ich habe mir heute Unterstützung mitgebracht und ich würde sagen IDZOK, stell dich doch einfach mal vor Hey yo Leute, was geht? Ja und wie schon eben gesagt, wollten wir heute eben nochmal über die Banküberfälle reden weil man da zur Zeit einfach noch gar nicht so weiß, was da abgeht jetzt mit der Verspätung von der PC-Version weiß man ja eigentlich noch gar nicht so, wann uns denn überhaupt die Banküberfälle erwarten denn man hat ja nur erfahren, dass die Banküberfälle schon bei der PC-Version dabei sind aber wir wissen noch gar nicht, was da uns jetzt genau erwartet und ja, da hat der IDZOK auf jeden Fall eine ziemlich interessante Theorie und ich würde sagen, sag es doch einfach mal hier den Zuschauern, wann du denkst, wann uns vielleicht die Banküberfälle erwarten könnten Also ich denke eher, die Banküberfälle werden uns vielleicht in den nächsten Wochen, vielleicht sogar erst im Februar erwarten Das Ganze habe ich nämlich aus einem Artikel von Rockstar Games feststellen können denn damals, als eben der Release-Termin eher am 27. Januar festgelegt worden ist und Rockstar Games dann, beziehungsweise die PC-Version um zwei Monate dann verschoben hat wurde dann noch ein Artikel von Rockstar Games veröffentlicht, wo die dann gesagt haben dass die Banküberfälle eben separat nochmal einige Wochen vor dem Release der PC-Version erscheinen werden Ob das Ganze wirklich stimmt, weiß ich allerdings nicht Rockstar Games hat zwar bestätigt, aber so wie wir sie natürlich kennen denke ich, kann man sich darauf nicht mehr so verlassen weil sie natürlich immer wieder alles verschoben haben, also die Banküberfälle den Release-Termin von GTA 5 für PS3 und Xbox 360 um ein halbes Jahr und jetzt natürlich noch einmal die PC-Version Ja, also da muss ich dir auf jeden Fall zustimmen, Rockstar Games ist echt nicht so zuverlässig denn wenn wir uns vielleicht mal zurückerinnern, es ist jetzt schon fast ein Jahr her also vor fast einem Jahr hat Rockstar Games schon die Banküberfälle angekündigt das ist richtig krass Leute, denn ich weiß noch ganz genau, das war damals im April also 2014 im April, da war ich gerade Snowboard fahren und da habe ich schon gedacht, scheiße, jetzt bin ich gerade in der Schweiz und die Banküberfälle kommen weil das Rockstar Games gepostet hat und jetzt fast ein Jahr später, also im März jetzt kommt ja die PC-Version und ich denke mal, wenn Rockstar Games sagt, einige Wochen früher, dann wird es vielleicht zwei Wochen früher sein und das ist dann fast ein komplettes Jahr hat Rockstar Games einfach die Banküberfälle vor sich hergeschoben das ist echt richtig krass und einfach immer wieder gesagt, dass die Banküberfälle kommen und jedes Mal wieder zurückgeschoben, aber diesmal denke ich echt, dass es was werden könnte denn man hat ja auch schon von Beta-Usern erfahren, also Leute, die eben die PC-Beta-Version schon spielen können dass die Banküberfälle da schon dabei sind und das heißt, wir werden die Banküberfälle diesmal wirklich bekommen weil sie schon in dem Spiel drin sind ja, also deswegen können wir uns diesmal echt sicher sein, dass wir die Banküberfälle bekommen werden nur wann genau, weiß man eben noch nicht, wie IDZock eben schon gesagt hat Rockstar Games hat eben einen Artikel gepostet in dem Artikel stand, dass die Banküberfälle nochmal einige Wochen früher kommen werden als die PC-Version und ja, wann das jetzt genau sein wird, das weiß man momentan noch nicht ich hab mal in den Kalender geschaut denn die PC-Version wird ja am 24. März erscheinen ist natürlich auch ein Dienstag, wie man das von Rockstar Games kennt und jetzt, also bis heute sind da noch neun Dienstage dazwischen also neun Tage, an denen die Banküberfälle erscheinen könnten das Ganze streckt sich natürlich durch von Anfang März durch den kompletten Februar bis eben jetzt und ich denke auch, also da schließe ich mich auf jeden Fall der Meinung von IDZock an also ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass die Banküberfälle im Februar erscheinen werden denn einige Wochen früher, das sagt ja schon einiges aus also es ist nicht eine Woche früher, sondern einige Wochen und wenn man bedenkt, dass am 24. März die PC-Version kommt das heißt, wir haben etwa noch so drei Dienstage im März und deswegen denke ich auf jeden Fall, die meisten Dienstage, die wir da jetzt noch haben befinden sich im Februar und deswegen denke ich auf jeden Fall auch, dass die Banküberfälle uns im Februar erwarten werden ich muss allerdings noch sagen, dass ich jetzt nicht unbedingt denke, dass die Banküberfälle immer sozusagen an einem Dienstag rauskommen ich meine, wir hatten das letzte Mal mit dem Christmas DLC, das kam, denke ich, tatsächlich am Donnerstag oder am Freitag raus ja, das hatte dann irgendwie keiner erwartet, weil die Leute haben, denke ich, erwartet, dass das eher am 23. Dezember uns alle erwartet aber an diesem Tag kam dann, denke ich, dann eher der Schnee raus oder am 24. keine Ahnung, wann das eben war auf jeden Fall war das eben so, dass beim letzten Mal das DLC eben nicht an einem Dienstag sondern eher an einem Freitag rauskam und somit denke ich auch, dass die Banküberfälle denke ich auch lieber an einen Freitag rauskommen weil da denke ich, die meisten Leute dann sozusagen ja, Wochenende haben und da lohnt es sich am meisten natürlich die Banküberfälle dann zu zocken da muss ich aber ganz ehrlich sagen, da bin ich mir nicht so ganz sicher, weil man muss auch sehen klar, das Festival DLC, wir hatten es jetzt auch schon in letzter Vergangenheit öfter, dass DLCs oder so nicht unbedingt immer dienstags erschienen sind jedoch muss man auch sagen, das Festival DLC ist ja ein bestimmtes Datum gekoppelt also es musste ja jetzt noch vor Weihnachten kommen und deswegen denke ich, dass es deswegen eher Freitags war, weil wir haben ja auch jetzt von Rockshames erfahren, dass sie nicht wollten, dass die Spieler zu lange Schnee haben, deswegen war es ja auch mal zwischendrin pausiert und deswegen denke ich, kam diesmal echt das DLC erst Freitags warum ich denke, dass diesmal wieder ein Dienstag wird einfach aus dem Grund, weil jetzt auch die PC-Version wieder an einem Dienstag kommt, also ist meine persönliche Meinung deswegen könnte ich mir vorstellen, dass mit den Banküberfällen diesmal auch wieder ein Dienstag sein wird aber da können wir uns auf jeden Fall überraschen lassen, aber ich denke mal hauptsächlich, ja, die Hauptinfo ist jetzt einfach, dass uns wirklich in den nächsten Wochen die Banküberfälle erwarten werden und ich muss ganz ehrlich sagen ich freue mich schon so richtig drauf, denn ich denke mal jeder von euch hat diesen Trailer gesehen und es sah wirklich so verfickt geil aus, oder idzog was meinst du zu dem Trailer? Ja, also ich fand auch, der Trailer war wirklich mega hammergeil, als ich den dann irgendwann gesehen habe das war sozusagen, ich saß einfach auf der Couch und dann plötzlich schaue ich mal um YouTube rum und irgendwie jeder GTA-Youtuber lädt einfach den Trailer hoch und da habe ich mich natürlich sofort gegönnt und als ich den gesehen habe da war ich richtig geflasht, muss ich sagen, weil das, was Rockstar Games in dem Trailer gezeigt hat das war jetzt wirklich so wahnsinnig viel ich meine den Hydra-Jet oder gepanzerte Fahrzeuge, wo man dann irgendwie oben drauf sitzt und dann alles abfeiern konnte das sah einfach wirklich mega hammergeil aus und diese ganzen Story-Cutszenes mit Lester oder der ganzen Planung man hat ja auch eben so einige Punkte gesehen wo die Banküberfälle eher stattfinden sollten und all das, was in dem Trailer gezeigt wurde das war halt echt unglaublich und ja, da muss ich eben sagen, freue ich mich natürlich auf die Banküberfälle und ich kann es einfach kaum mal warten, bis die dann rauskommen. Ja, also der Meinung schließt mich auf jeden Fall von IDZOCK an es sah wirklich echt verfickt geil aus, Leute ohne Scheiß, mit dem Apache-Kampfhelikopter mit dem Hydra-Kampfjet, mit diesen gepanzerten Autos oder auch diese MG ist auf einem Karin Rebel angeschraubt, Leute, wie geil ist das denn? Also das hat meine Vorfreude einfach nochmal gesteigert und ich bin echt gespannt, was da noch auf uns zukommen wird. Jetzt mit den Banküberfällen, ganz aktuell ja, mit den Waypoints, die man jetzt auch eben im Casino gefunden hat, da könnten wir auch nochmal drüber sprechen. Ich denke nämlich, dass ja, dass es noch einige Gebäude geben wird, die dann eben noch dazukommen werden, denn jetzt auch mit den Bahama Mamas, mit diesem Glitch, wo man eben in diesen Nachtclub reinkommen konnte und es ist kein Nachtclub, den man aus dem Singleplayer kennt, sondern es ist einfach ein komplett neues Gebäude und man war da wirklich noch nie drin und ich finde, das zeigt einfach, dass Rocksheims wirklich an Sachen arbeitet, die wir vielleicht noch gar nicht sehen an Gebäuden und da man jetzt eben noch die Waypoints in einem Casino gefunden hat, könnte ich mir wirklich auch vorstellen, dass vielleicht auch das Casino ein Teil dieser Banküberfallmission wird, denn in einem Casino ist ja auch immer ziemlich viel Geld unterwegs, wie man das so kennt und deswegen könnte ich mir auf jeden Fall auch vorstellen, dass vielleicht auch das Casino so eine Mission sein könnte, weil Rocksheims ja auch gesagt hat, dass es solche 5 Hauptmissionen geben wird und über 20 Nebenmissionen und da könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, dass eine Mission davon im Casino sein wird, oder? Schließe ich mich absolut der Meinung auch an, also es sind ja, wie der Artikel von Rocksheims dann gesagt hat, eben 5 Banküberfallmissionen, die dann rund um Los Santos verteilt sind, also ich weiß nicht genau, wo, an welchen Stellen, auf jeden Fall, da die eine Bank in Los Santos, die man jetzt schon betreten konnte, dann denke ich auch noch in, ja in der Wüstenstadt gibt es eine und ja im Casino eben, wie gerade noch angesprochen und eben noch zwei weitere Locations, vielleicht sogar zum Beispiel das Gefängnis, das dann auch noch angesprochen wurde oder eben noch eine andere Location, von der wir gar nichts wissen. Auf jeden Fall, in dem Artikel wurde dann eben noch gepostet, dass es sich um 20 Banküberfallmissionen handelt und ungefähr auf 5 Banküberfälle dann verteilt und insgesamt wird man dann mit einer Spielzeit von rund 20 Stunden rechnen und das muss ich auch sagen, ist wirklich richtig hammergeil, vor allem, dass es eben ein kostenloses DLC ist, da finde ich auf jeden Fall kann man das schon vertrosten, dass die Banküberfälle eben so spät dann gekommen sind. Ja, also da hast du auf jeden Fall recht, ich meine, man muss einfach sagen, es ist richtig mies von Rocksheims, dass sie uns einfach so lange warten lassen, aber in dem Trailer, man hat einfach wirklich so viele Sachen gesehen und ich denke mal auch, wer von euch mein Video gesehen hat über die PC-Version, der wird wissen, dass diese PC-Version 65 GB hat und das zeigt einfach noch mal, wie viele Sachen da noch mal, also bis dahin wirklich noch mal mit dem DLC, also mit diesem Banküberfall-DLC dazukommen und es ist einfach so ein Riesenspiel und wie Idizok eben schon mal gesagt hat, alle DLCs von Rocksheims sind eben auch noch kostenlos und ich finde, ganz ehrlich Leute, ich bin noch gar nicht mehr so angepisst auf Rocksheims, weil es einfach so richtig krass aussieht, weil sie einfach so viele neue Sachen mit reinbringen und ich mich einfach so darauf freue, dass ich eigentlich gar nicht mehr angepisst auf Rocksheims sein kann und ja, um jetzt hier noch mal auf diese Mission zurückzukommen, die wir gerade angesprochen haben, man muss diese, man muss diese Mission ja mindestens zu viert spielen und das finde ich auch ziemlich cool aufgeteilt, denn Rocksheims hat ja auch gesagt, also in einem Interview, dass das Problem von den Banküberfällen immer war, dass sie einfach jeden Spieler gleich beteiligen wollten, also sie wollten, dass jeder Spieler die gleiche Anzahl an Missionen hat, also quasi für den eigentlichen Banküberfall und deswegen haben sie das so gestaffelt, dass einfach für jeden Banküberfall müssen einfach solche Formmissionen gespielt werden, davon gibt es ja über 20 und jeder Spieler, der dann tatsächlich bei dem eigentlichen Banküberfall dabei ist, muss dann eben auch einen Teil der Formmission erledigen und das muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich ein richtig gutes Prinzip von Rocksheims, so dass einfach jeder die gleiche Spielzeit hat, so dass jeder gleich prächtig ist und dann letztendlich, dass jeder auch gleich viel Geld bekommt. Ja, bin ich eigentlich auch absolut der Meinung, ich finde das hauptsächliche Problem, denke ich, bei den Banküberfällen ist halt gewesen, weshalb dann Rocksheims eher die ganzen Konzepte vom Tisch geschmissen hat und die ganze Zeit den Release-Termin der Banküberfälle eben verschoben haben, das ist, denke ich, wenn man die Banküberfallmission hauptsächlich macht, also sozusagen zu viert, alle gleichzeitig dann die Banküberfallen, dann ist es ja ein bisschen langweilig, wenn jetzt zum Beispiel einer der Fahrer ist und zwei Leute in der Bank sind und dann die Bank ausrauben, dass der Fahrer dann die ganze Zeit im Auto einfach wartet und dann eben nichts tut. Genau in dieses Problem handelt es sich, denke ich, dass Rocksheims versucht, uns dann sozusagen, ja, zu lösen und ich würde mich auf jeden Fall freuen und würde mal sagen, das ist doch wirklich eine sehr schwere Aufgabe für Rocksheims, ist dann sozusagen diesen Fahrer auch irgendwie eine Aufgabe zuzuteilen, während die anderen dann die Banküberfallen. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, das ist eine sehr schwere Aufgabe für Rocksheims und wenn sie das hinkriegen, würde ich das auf jeden Fall richtig hammergeil finden. Ja, also, das muss man auf jeden Fall sagen, ich denke, Rocksheims setzt da auf jeden Fall so einen Meilenstein in, also Meilenstein in der Spiele-Szene, sag ich jetzt mal, weil es sowas einfach vorher noch nie gab in solchen Ausmaßen und es wird auf jeden Fall richtig krass werden. Ja, Leute, jetzt zuletzt wollte ich noch was ansprechen und zwar die PC-Version, ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich auch schon so richtig auf die PC-Version, einfach wegen den ganzen Mods, die uns erwarten werden. Leute, ich werde mir so viele Mods draufhauen, wer vielleicht von euch auch meine, das Video über diese Konzeptkarte gesehen hat mit dem San Fierro-Gebiet, in einem Las Venturas-Gebiet. Ich denke mal, sowas könnte auf jeden Fall auch in Form eines Mods noch in das Spiel hinzukommen und das geht ja bekanntlicherweise relativ einfach auf dem PC. Oder dass man vielleicht noch, ähm, wie heißt diese Eisstadt nochmal? Äh, North Yenken war das noch. North Yenken, genau, dass man vielleicht noch North Yenken, aus Teil eines Mods noch in das Spiel hinzubekommen kann und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich freue mich schon so richtig einfach auf die Mods. Wisst ihr, Leute, ich will als Iron Man rumfliegen, ich will Superman sein, ich will einfach mit Fliegenautos rumfliegen, weil es einfach so extrem geil ist und ja, ich denke auf jeden Fall, das wird richtig geil werden. Natürlich, werden IDZock, ähm, oder wirst du dir die PC-Version holen? Also, ganz ehrlich, ich muss schon gestehen, mein PC ist einfach zu schlecht, denke ich, für GTA 5. Ich kann doch nicht mal Minecraft richtig flüssig spielen. Oh, mies. Ganz ehrlich, ich, ich finde schon, also mein PC, der ist schon relativ langsam vom Prozessor her reicht's aus, aber die Grafikkarte einfach mega scheiße. Ich guck mal, ob ich mir das Spiel hole, denn dann, wenn ich mir das wirklich für die PC, also wenn ich mir das wirklich für den PC holen sollte, dann hole ich mir das Spiel tatsächlich zum dritten Mal, also auf PS3, auf PS4 und dann auch auf PC. Und dann sind das ja schon fast über 180 Euro, die ich dann da rein investiert habe. Aber ganz ehrlich, ich muss schon sagen, irgendwie würde es sich dann schon lohnen. Also, wenn man sich das zweimal holt, weiß ich jetzt nicht, aber muss man eben, ja, muss eben jeder selber entscheiden, wie ihr das findet. Auf PC würde es sich, denke ich, am meisten lohnen, halt eben wegen den ganzen Mods, denke ich mal. Ja, also, okay. IDZog weiß noch nicht, ob er sich so holt, aber ich werde es mir auf jeden Fall holen. Ich werde euch da auf jeden Fall richtig viele Mods und sowas zeigen. Und, ja, ich freue mich da auf jeden Fall schon drauf. Und das ist auch noch ein interessanter Punkt, den du gerade angesprochen hast. Also, wir labern jetzt hier einfach mal Freestyle drauf los. Ich hoffe, euch gefällt es. Auf jeden Fall ein ziemlich interessanter Punkt, den du gerade angesprochen hast, mit dem Geld. Ja, Leute. Ich meine, bei vielen Spielen ist ja so, dass man diese einfach für 10 Euro dann auf die Next Gen konvertieren kann. Rotten Games hat das Ganze nicht gemacht. Man musste sich das Spiel nochmal komplett neu kaufen. Ich habe es mir auch für die PS3 gekauft, für die Xbox One gekauft. Werd es mir dann auch nochmal für den PC kaufen. Und das hast du echt richtig gesagt, das sind an die 180 Euro, die man dann für GTA ausgibt. Ist echt ziemlich viel, aber man muss halt auch echt bedenken, dass die DLCs kostenlos sind. Und wenn man mal bedenkt, zum Beispiel Call of Duty, wie viele DLCs da gibt und wie viele DLCs man dann in GTA bekommt und ohne etwas zu bezahlen, ist halt echt ziemlich geil, weil das Spiel einfach immer wieder aufeinander aufbaut und man zahlt dann auch nur einmal dafür. Und deswegen nehme ich das eigentlich auch nicht so ernst, dass man sich das Spiel jetzt dreimal hintereinander kaufen musste. Oder was meinst du dazu? Ja, also finde ich auch. Ich bin schon absolut der Meinung. Also ich meine, wenn mein PC sozusagen der Leistung entsprechen würde, dann würde ich mir das Spiel auch auf jeden Fall nochmal holen. Ja. Aber mal schauen, ob ich mir das holen werde. Ja, vielleicht hole ich mir dann bessere Grafikkarte und dann noch GTA 5. Würde sich besonders als YouTuber, denke ich, auch lohnen, die ganzen Mods dann vorzustellen, wenn die mal irgendwann rauskommen. Ja, ich denke auch, dass das ziemlich interessant ist. Ja, Leute, aber ich würde sagen, wir beenden das Ganze jetzt hier einfach mal. Ist schon ziemlich lang, wie wir hier jetzt gelabert haben. Wir hoffen natürlich, wenn man das durch dieses Video gefallen hat, wenn ihm so ist, dann brüllt jetzt mal auf den Like-Button ein für einen größeren Bizeps. Und jetzt am Ende wollte ich auch sagen, schaut vielleicht mal bei IDZock auf dem Kanal vorbei. Der ist gerade kurz davor, die 10.000 Abonnentenmarke zu knacken. Er macht auch GTA-Videos. Würde mich auf jeden Fall richtig freuen, wenn ihr bei ihm mal vorbeischauen könntet. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung zu finden. Und jetzt noch nicht abschalten, denn ich muss auch was sagen, Leute. Schreibt uns doch einfach mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Denn wir haben jetzt auch nur hier spekuliert. Das war jetzt einfach alles nur unsere Meinung, wann wir denken, wann die PC-Version erscheint, äh, wann die Banküberfälle erscheinen, was es zu der PC-Version und so gibt. Wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare. Wann denkt ihr, kommen die Banküberfälle? Und ich bin jetzt an der Stelle einfach mal raus. Bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crymax und ich überlasse das letzte Wort meinem Gast, IDZock. Jo, danke, Leute, fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.